Hi und herzlich willkommen zur Fortsetzung von der Donut-Aufgabe, die wir vor ein paar Wochen zusammen angeschaut haben. Darin ging es um einen Donut und man sollte den mit nur zwei geraden Schnitten in mehr als vier Teile teilen. Und das Gemeine war halt, dass man nicht so intuitiv schnüpp-schnapp den Donut durchschneidet und dann vier Stücke hat, sondern man musste eine Weile tüfteln und kam dann, Achtung, Spoiler, auf die Idee, dass man ja auch so und zum Beispiel so schneiden kann. Und dadurch, dass die Schnitte sich halt nicht im Loch vom Donut, sondern hier auf dem Rand kreuzen, hat man dann so ein kleines Stückchen hier, ein relativ kleines Stückchen da, ein großes Stück hier, ein großes Stück da hinten und noch so ein mittelgroßes Stück hier. Also tatsächlich fünf und damit mehr als vier Stücke. Wurde ja nie gesagt, dass die Stücke gleich groß sein müssten. Das ist aber im Vergleich zu der Extremvariante jetzt total easy gewesen. Wir können nämlich das Donut-Problem auch umwandeln und sagen, zerteile den Donut mit genau zwei geraden Schnitten sogar in sechs Stücke. Und das machen wir, indem wir eine noch raffiniertere Idee als für die fünf Stücke bekommen. Macht mal das Video auf Stopp und schaut mal, ob ihr drauf kommt. Und ich fand das richtig schwierig und bin tatsächlich nach ein paar Gläschen Aperol Spritz mit ein paar Freundinnen draufgekommen, die auch Mathe-LK hatten. Und die Lösung, jetzt spoiler ich die aber auch, ja, also macht das Video auf Stopp, wenn ihr es noch nicht hören wollt. Die Lösung, die ist folgendermaßen. Wir teilen den Donut erstmal intuitiv in zwei mehr oder weniger gleich große Hälften. Dann kommen wir auf die smarte Idee, dass wir den Donut ja auch in der Hand halten und irgendwie bewegen können. Wir nehmen also die eine Hälfte, drehen sie um, legen sie neben die andere Hälfte und dann können wir die so überlagern lassen, dass wir mit unserem zweiten Schnitt beide Hälften gemeinsam schneiden. Und zwar zum Beispiel so. Dadurch, dass wir die beiden dann quasi doppellagig da liegen haben, kriegen wir dann hier zwei Stücke, schmal, aber egal. Hier nochmal zwei Stücke, auch schmal. Und hier zwei große Stücke. Und das macht insgesamt tatsächlich sechs Stücke. Und ihr seht, da wird nochmal richtig das Um-die-Ecke-Denken und die kreative Lösung gefördert. Ja, und für mehr so kulinarische Matheaufgaben, da schaut doch mal hier rein in den Obstsalat oder oben drüber in das Pizza-Video. Ganz viel Spaß und bis bald. Ciao.